Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bang Bang Box von Babasat und Punch Arroganz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bang Bang von Babasat und Punch Arroganz. Wobei man hier sagen muss, dass es sich bei dieser Box um die Babasat Edition handelt. Die Box wurde in zwei Versionen rausgebracht. Einmal die Babasat Edition, das ist die, die ihr hier sehen könnt, und einmal die Punch Arroganz Edition. Meines Wissens unterscheiden die sich in zwei Tracks und auch im T-Shirt, das in der Box enthalten ist. Und die Box ist auch anders designed, also die Babasat Box. Saat hat eben den Löwen als Tier genommen. Bedeutet, wir haben hier den Löwen auf der Box und auf dem T-Shirt. Und Punch hat natürlich den Wolf. Bedeutet, ihr habt dann auf der Punch Arroganz Box den Wolf und auf dem T-Shirt. Die Punch Arroganz Box werde ich an einer anderen Stelle unboxen auf diesem Channel. Okay, das Design, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Wir haben hier diesen dunkelgrauen Löwen, dieses Wappentier von Saat in dem Fall. Und dann hier diese Blitze, türkisen Elemente. Fällt mir richtig gut. Dann dieses Zeichen, dieses Schriftzeichen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wofür das steht. Und hier lesen wir noch Bang Bang. Auf der Unterseite haben wir Credits angeführt und wieder Schriftzeichen. Rechte Seite ebenfalls. Kryptische Schriftzeichen und Codes. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite spannenderweise hier noch ein Aufkleber. Bang Bang Baba Saat Box. Äh, Bang Bang Saat Box. Und hier der Wolf. Also in dem Fall, das Wattentier von Punch Arroganz. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Wir haben einmal das Album. Das T-Shirt. Ein Sticker und ein zweiter Sticker. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Und ein Poster. Und die Box ist so eine, ich sag mal, Standard Clubbox. Okay. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also auch hier wieder der Löwe und diese Blitze. Und auf der Rückseite lesen wir, dass wir zwölf Tricks haben. Und Instrumentals. Wobei man sagen muss, zwölf Tricks ist auch nicht ganz wahr. Denn kein Bock auf Solos und Laber Kein Scheiß. Oder Laber Keine Scheiße. Sind in dem Fall Interludes. Also sind so wie kurze Skits. Das sind so kurze Skits von Punch Arroganz. Okay. Wir haben als Features auf dem Album eigentlich nur Echo Fresh. Und ansonsten sind die Tracks Saat-Solo-Tracks bzw. Features mit Punch. Zwölf Tracks. Meine Favoriten von dem Album sind, müssen wir kurz schauen, Schlaflos und Falschgedacht. Die haben mir am besten gefallen bis jetzt. Und hier unten sehen wir noch die Credits. Alles klar. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Wir haben einmal hier das Booklet. Alles klar. Das Booklet ist als Mini-Poster zu verwenden. Hier in quadratischer Form der Löwe. Schön. Und auf der Rückseite haben wir, ist etwas schwer zu lesen, haben wir die ganzen Tracks aufgeführt. Mit den Infos, wer für Texte, Produktion etc. verantwortlich ist. Und hier hinten steht noch The King. Alles klar. Gut. Dann werden wir das Ganze mal wieder in die Hülle zurückgeben. So sieht die CD aus. Auch wieder ein Schriftzeichen. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite CD. Auf dieser befinden sich dann die Instrumentals. Die sind genauso gestaltet wie auch schon die Standard-CD. Ja, okay, nein. Man muss sagen, das Schriftzeichen unterscheidet sich. Dieses sieht so aus. Und dieses ein wenig anders. Instrumentals steht hier. Und hier nochmal das Logo. Alles klar. Dann haben wir zwei Sticker. Wir haben einmal diesen Sticker. Mit der Aufschrift Saat. Auch wieder der Löwe samt den Blitzen. Und dann haben wir hier. Bang, bang. Beide Tiere nebeneinander. Also einmal Saat, der Löwe. Und einmal Puncharroganz, der Wolf. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier vielleicht sogar das Zeichen ist für den Löwen. Und dass das hier vielleicht das Zeichen ist für den Wolf. Deswegen auch dieses Zeichen auf dieser Box so stark repräsentiert. Okay, beide Sticker quadratisch gehalten. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte. Diese ebenfalls in Grau. Saat lesen wir hier. Wieder auf diesem Tierzeichen, Schriftzeichen. Und auf der Rückseite haben wir den persönlichen Download-Code für die Tour-EP. Dann haben wir ein Poster. Und dieses Poster ist ein Tour-Poster zur Primitiv-Effektiv-Tour 2016. Hier die Dates. Ja, ist schon schlau gemacht. Also, dass man in eine Album-Box ein Tour-Poster reinmacht, um gleich mal Promo zu machen und den Leuten klarzumachen, wann man in welcher Stadt auftaucht. Ist auf jeden Fall nicht blöd. Ja, es ist die Frage. Also, ich hätte ehrlich gesagt ein normales Poster bevorzugt. Aber, ja, es ist halt etwas, wie soll ich sagen, etwas frech in meinen Augen. Und hier die beiden Wechselweise mit dem Merchandise des anderen. Also, Punch trägt Saat Merch und Saat trägt Punch Merch. Poster im Hochformat. Und dann haben wir als letzten Bestandteil ein T-Shirt. Und auf diesem T-Shirt haben wir nochmal den Löwen mit diesen Blitzen. Und hier unten lesen wir noch Hashtag BangBang. Gefällt mir richtig gut vom Design. Auch wenn ich ehrlich gesagt den Löwen etwas größer und breiter bevorzugt hätte, dass er sich nicht nur so in der Mitte befindet, sondern vielleicht ein bisschen auch in die Breite gezogen wäre. Aber gefällt mir richtig gut die Kombination. Und es fühlt sich auch vom Stoff her echt gut an. Also, es ist nicht nur ein 0815 Shirt, sondern wir haben hier ein, was haben wir, Imperial, also Souls Imperial Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesh. Es fühlt sich echt echt, muss ich sagen, gut an. Und im Gegensatz zu den meisten anderen T-Shirts, die man in so einer Box bekommt, wirklich vom Stoff her meiner Meinung nach überzeugend. Okay, wir schauen uns das Ganze nochmal an, wie das getragen aussieht, damit ihr hier noch einen besseren Einblick bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über die Brust und den Bauch diesen Löwen samt diesen Blitzen. Und hier unten haben wir dann noch die Aufschrift BangBang. Das T-Shirt in weiß und dann hier das schwarz-grau bzw. türkis drüber. Gefällt mir von der Optik echt gut. Und ich denke, dass sowohl das Barbar-Sat-Shirt mit dem Löwen als auch das Punch-Arroganz-Shirt mit dem Wolf echt eines der Highlights ist von diesen Boxen. Und dass ich diese auf jeden Fall anziehen werde. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt BangBang in der Start Edition. Wie gesagt, die Punch-Edition hätte einen Wolf. Dann haben wir einmal dieses Poster im Hochformat zur Primitiv-Effektiv-Tour. Die Autogrammkarte unterschrieben von SART. Die zwei Sticker. Einmal der BangBang-Sticker und einmal der Löwe bzw. der SART-Sticker. Beide quadratisch. Und das Album an sich inklusive der Instrumentals. Ja. Das alles in dieser wunderbaren Box. Falls ihr das Ganze unterstützen möchtet, falls ihr die Mucke feiert, in der Videobeschreibung habe ich euch die Links reingepackt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.